In über 70 Ländern weltweit werden Menschen inhaftiert, gefoltert oder sogar hingerichtet, weil sie nicht in das traditionelle Rollenbild passen, das der Staat und die Gesellschaft von heterosexuellen und cis-geschlechtlichen Männern und Frauen haben. Hunderttausende dieser Menschen verlassen ihre Heimat auf der Suche nach einem Leben in Sicherheit und Freiheit, zum Beispiel in Deutschland. Viele von ihnen halten ihre Sexualität oder ihre geschlechtliche Identität aus Angst oder Scham auch hier weiterhin geheim. Andere zeigen zum ersten Mal ihre Identität öffentlich, um endlich als ganze Person akzeptiert zu werden. Sie wissen oft nicht, dass sie in Deutschland ein Recht auf Schutz haben. Wir hören fünf Geschichten von Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind. Sie sind lesbisch, transgeschlechtlich oder nicht-binär und berichten von ihrem Leben vor der Flucht, ihrem Weg nach Deutschland, ihrem Alltag und von dem, was sie sich für die Zukunft wünschen. In vielen Ländern werden lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Personen strafrechtlich verfolgt. Ihnen drohen Geldbußen, mehrjährige bis zu lebenslange Haftstrafen, körperliche Züchtigung, Konversionstherapien, Folter und in elf Staaten sogar die Todesstrafe. Auch in Ländern, in denen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten nicht strafrechtlich verfolgt werden, erfahren sie häufig gesellschaftliche Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt. Untertitelung des ZDF für die Zukunft Nein mit dem Mann. Nein mit dem anderen Willen. Weil ich mit einem Mann in Kontakt bin. In der Schweiz ist es so, dass man ein Mann mit einem 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 Mann, mit einem Mann mit einem Mann mit einem Mann. Wir wollen unsere Liebe zeigen, dass es uns so möglich ist und wir zu sein, dass wir mit uns zusammen sind. Trance bedeutet von Mann zu Frau oder Frau zu Mann. Und wenn man sagt, ja, ich wurde als junger Mann geboren, aber musste als eine Frau leben, das ist meine wahre Identität, dann ist es ein Tabuthema. Und das wurde nicht in der Gesellschaft akzeptiert, weil das ist Tabu erstens. Und zweitens, manche sehen es auch als eine Sünde. Gott hat dir als Mann erschaffen, warum möchtest du als Frau leben? Und Frauen sind sowieso niedrig gewesen. Wir sind ganz unten in der Gesellschaft, so einfach von Strata her, würde ich sagen, ganz unten. Und danach, es geht auch um berufliches Leben. Zum Beispiel, es gibt nur zwei Sachen, die alle trans Frauen, meistens, die das tun, das ist Tanzen auf der Hochzeit oder auf irgendwelchen anderen Anlass. Und zweitens, es geht um Sexwork. Und das wollte ich nicht machen. Ich wollte eigentlich einen Teil der Gesellschaft und nicht am Rande der Gesellschaft. Und am Rande der Gesellschaft ist es nicht so schön. Es ist wirklich krass. Homosexualität ist ein großes Tabuthema in Pakistan. Und man redet darüber überhaupt nicht. Wir sind im Moment 200 Millionen Menschen in Pakistan. Und unser Premierminister Nawaz Sharif hat irgendwann bei UNO gesagt, das war, glaube ich, 2014 oder 2015, wir haben keine homosexuellen Menschen in Pakistan. Das bedeutet, dass diese Auseinandersetzung, dass es auch Homosexualität in Pakistan gibt, ist sowas für schrecklich und peinlich. Und dann, wenn du dich gegenüber deiner Familie outet, dann kommt Zwangheirat, Prügel auch manchmal, wenn du immer noch weiter deine Sexualität ausleben möchtest. Und im schlimmsten Fall auch Ehrenmord. Das kann dir auch passieren. Und das wurde nicht als Ehrenmord von homosexuellen Menschen so berichtet. Das ist nur ein Ehrenmord. Was war der Hintergrund, wissen wir nicht. Was war der Hintergrund, wenn du dich in der Lage bist? Sначала ich особо nicht bedauwt dem nichts, und fühlte mich so, wie ich bin. Ich wusste, dass es meine Leben ist, und das andere ich für mich nicht gesehen habe. Потом, когда начали происходить на моих глазах какие-то страшные вещи, тогда я начала задумываться, как себя вести. Конечно, когда я находилась рядом с моими друзьями, это было открыто, свободно и безопасно. А где-то в другом месте, с чужими людьми, для меня это было очень, как сказать, очень трудно. Тут трудно об этом говорить. И трудно было об этом говорить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я идентифи myself, как гендерно-бинерый человек. Для меня это означает, что я не хочу накрыть в себя в жене или в жене. Когда я живу жизнь и делаю что-то, я не хочу думать, что я делаю это как-то женщина или как-то мужчина. Но другой часть моей идентифи, это я социализировала как женщина. В Украине, если мы говорим о обычной социальной, а не о ЛГБТ-коммунике, люди не понимают это все. Они не всегда понимают, что обычной трансгендерия означает. Мы не имеем никакого права против ЛГБТ, но мы также не имеем никакого права против ЛГБТ. Мы знаем, что много правов, например, о храмах. Мы имеем отражения, как, например, этнисити, националити, религию, секс, но не значение о жене или сексуальной ориентации. Мы имеем два проблемы. Мы имеем религиозные. Они делают ужасные вещи, как они атакуют события, они атакуются, они атакуются люди с ножницами, а иногда они убивают людей. И, на другой стороне, полиции, которые не защищают нас. Мы не имеем никакого преседения в Украине когда храма была квалифицирована как храма. И я имею в виду один пример. Я не помню, это было 2015 или 2016. Один гей guy был в муре, и этот мурер был в суд. И он получил паним, но в суде сказал, что вы убили человека, это плохо, но этот хомофобичный причин был что-то легче. Но, окей, мы понимаем, он был гей, и вы не могли бы держать себя. И тогда он получил не так много преседения. Украины в Украине Украины, и, по-нашему-то, как-то, как можно santил. Украины, и организации, и, по-нашему-то, и, кем-то, где женщина и женщина в украине, даже на работе, и, кем-то, есть 100%. И, кем-то, если бы точно представить его, было хорошо, Ich bin sehr dankbar, dass ich mich nicht mehr wissen kann. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Polizei nicht mehr verabschiedet habe. Ich bin sehr dankbar, dass ich mich nicht mehr verabschiedet habe. Oft bedarf eine Flucht einer langen Planung und finanzieller Mittel. Dennoch gibt es eigentlich für alle geflüchteten Menschen ein Ereignis, das den Fluchtimpuls auslöst. Diese Ereignisse sind oft traumatisch und führen zu schweren psychischen Belastungen. Und da war ich versucht, dass ich dort leben und eine Arbeit für mich. Oder eine Arbeit für mich. Meine попытки verabschieden sich einfach nur zu null. Es gab keine Chance. Es war so, dass ich in der Passenkarte ein klem, 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 ein klem und ein klem. Wenn mich in Bischkiek fängigte, ein klem, ein klem, ein klem, ein klem, ein klem, ein klem. Wenn ich nach Arbeit kam, dann kam ich nachdem, wenn ich mich in der Zeit habe, und ich mich wirklich anstrengte, wie ich bin, dass sie zu mir verhielten, die zu mir verhielten, die zu mir verhielten. Dann kamen wir einfach zu den Regierungen und sagten, dass ich eine Lesbianke und mich aus der Arbeit verhielten. Aber wenn die Gäste wussten, wo ich in dem Haus war, dann fragten sie, dass ich das Haus verhielte. Natalia hat die Erlebnisse, die sie zur Flucht bewegt haben, in einem Brief beschrieben. Um die Worte selbst vor der Kamera auszusprechen, fühlt sie sich noch nicht stark genug. Zu schmerzhaft sind die Erinnerungen. Ich habe mit meiner Freundin mit meiner Freundin gehört, dass sie in Englisch liefst. Sie hat lange лежiert, aber nicht konnte. Dann, als sie gneimt, hat sie in einer in einer буквale Weise verhiel gnoll. Die Pfalz nicht brachten, weil sie die Anzeigenze zeigt, was sie nicht. Ich konnte nicht mehr, dass ich sie nicht mehr konnte. In ihr Pasport mit dem Marker geschrieben wurde, Lesbianka Yad Olyko. Es war eine Lesbianka. Es war eine ganze Pasport. Ich konnte alles, was ich konnte. Ich wollte, dass sie nicht mehr verletzten. Aber sie verletzten, sie sterben. Aber sie sterben, sie sterben. Aber sie sterben, sie sterben. Ich konnte mich nicht mehr, aber meine Hände, als ob sie zu ihr kamen. Ich grüßte, dass sie sich über die Hände aufstehen. Ich konnte mich nicht mehr überraschen, dass ich sie nicht verletze. Ab 2010 wollte ich unbedingt raus von Pakistan. Und dann kam auch ein Moment. 2010, 11 war das, glaube ich. Einer unserer Gewinner, Salman Tassi, er wurde von seinem Leibfach, ich glaube, mehrmals geschossen, weil er über eine Blasphemie-Gesetze seine Meinung gegeben hat. Und diese Blasphemie-Gesetze, die sind sehr, sehr gefährlich in Pakistan. Die benutzt man, um die anderen Menschen zu erpressen. Die benutzt man auch, die anderen Menschen aufzulocken. Man verbringt auch viele Menschen unter diese Blasphemie-Gesetze in Knaz. Und seit 2008 bin ich auch eine Atheistin. Das bedeutet, ich glaube nicht mehr in Religion. Ich wurde damals in einer muslimischen Familie aufgewachsen, aber jetzt nicht mehr. Und seit 2008 bis zum 2011 habe ich das sehr genau beobachtet, was und wie in der Gesellschaft passiert mit Menschen, die nicht gläubig sind. Und als, wie gesagt, als der Salman Tassi von seinem Leibfach geschossen wurde, habe ich mir gesagt, nein, jetzt kannst du in diesem Land nicht mehr wohnen. In 2014 wir kamen hier in Deutschland. Wir verabschieden uns die für die Ausbildung. Und dann wurde das in 2016 getötet. In 2016 als wir wieder nach Hause haben wir eine kleine Stadt, in diesem Land in diesem Land war, dass wir die zurück waren, dass wir in diesem Land in diesem Land leben in diesem Land in diesem Land in diesem Land leben Menschen, die nicht nur lesbische oder pädere. Und so war es so, dass wir dort haben, dass wir zusammen sind. Deshalb sind wir wieder gekommen. Wald war drei Jahre lang in der LGTBQ-Szene in Tscharkiv aktiv. Die Grundstimmung in der Ukraine gegenüber LGTBQ-Personen ist leider alles andere als solidarisch. Einige rechtsradikale Gruppen stellen sich gegen jegliche Veranstaltungen und Aktionen, die von LGBT-Personen und Unterstützerinnen organisiert werden. Es gibt ständig lautstarke Proteste sowie gewalttätige Angriffe. Die pointe when I decided to immigrate, was last summer 2018. In July, I had to go to one Erasmun's Young Exchange project, to the Netherlands. And before that, I had to go, I had to go, I was sitting in community center, I was working like project assistant, so I was finishing my month report. and at the same time in community center was like speaking club. And I was finishing and decided to go to smoke. And when I came to this room that Nyato enters, in this moment in the community center came like nine or ten male, like in a mask against gas. And they throw smoke granite. It was like, I don't know, 30 centimeters from me. And then like, they throw at me a paper spray. Yeah, and then they were gone. So, in this day like, like I think it's normal when you have stress, I like didn't really understood what happened. And next day I was going to Netherlands, and I came there and like, probably the first thing that I saw when I was out from training, station, like one transgender woman. She was like, just walking on the street. And then I saw a lot of like signs and rainbow, rainbow symbols in the street. And you don't understand why? Like, I started to cry. To me came like PTCR syndrome. So, I came to project, but I couldn't really good participate in this because I felt very bad. I cried all this time and I have bad dreams. I also thought about suicide because like, it was like, very, very stressful for me. And like, I started to understand that I can go back in Ukraine and I wasn't prepared to this. I never thought about immigration. In this point, I didn't know about possibility to be like an asylum seeker. So, I didn't, I saw for me like enter, like exit. Yeah. And, the project was end. And, comes the day that I had to go to Ukraine back, but I couldn't go to my plane. Like, I started to pack my, my things and, started to cry. I had panic attack. And then I realized that, I just can't. Wald verlängerte den Aufenthalt in den Niederlanden und lebte einige Wochen illegal in einem Camp für Asylsuchende. In dieser Zeit gab es keinen Kontakt mit den ukrainischen Arbeitgeberinnen, so dass Wald schließlich gekündigt wurde. And in this moment, I realized that, yeah, nothing holds me. I have like nothing to lose. I will leave. Workproblem is also very important part of my story, because when I was in Ukraine, like I said, that I had depression. Like, usually I worked in activism, but sometimes the project was end, and I had to have like usual work. And, like, when I, I tried to, to do some work that I, like, didn't really like, it's like, um, I just physically couldn't do it. Like, I do it, for example, one, two months, then depression came, and I can't do anything. Yeah, and this put me in the situation when, like, I can't survive, because, uh, I have depression. I need money to go to the therapist, but I don't have this money. To have money, I have to go to the work, but I can't work. Yeah, and, unfortunately, we don't, we don't, doesn't have, like, uh, So, yeah. When I had to come to community center, it was also very stressful, because, uh, before this attack, community center was, the only part, like, in the, city space that was safe. And, after this attack, it, it wasn't safe anymore. So, all the time when I was in community center, I was, like, expecting, like, they, they, they will do it again. Yeah, so, I came to, back to Ukraine, I took, I buy tickets, uh, to, to, to German. Like, the nearest ticket was for October. Sarah teilte ihr Elternhaus in Teheran mit zwei Schwestern und drei Brüdern. Schon in ihrer Kindheit gab es mit den Brüdern Konflikte. Hmm, there's a lot of issues. Yeah, I'm sorry, 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 if I had no idea. If I had no idea, I'd никто there. Until 14, 15 years ago, I was married to my son, my husband, I was a daughter, I was born by my daughter. My daughter, I'm a子, my daughter, I'm a woman. I had to come home. When I came home from home, I wasn'tって them, I didn't. He didn't come to touch with my daughter, but I couldn't come back. I couldn't stop looking at anyone where I came home, because I couldn't help someone to die. Als Sarah 16 war, entschieden ihre Eltern, dass es an der Zeit sei, sie zu verheiraten. Arrangierte Ehen sind auch heute in vielen Ländern noch immer die Norm. Darunter gibt es auch, wie in Saras Fall, Zwangsehen, die ohne die Einwilligung der Mädchen und Frauen geschehen und die häufig eine gewaltvolle Ehe nach sich ziehen. Ich habe einen Schwer, in Karach. Er kam mit dem Kutak. 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 Ich war ein paar Jahre lang. Wenn ihr euch nicht möchtet, könnt ihr euch helfen. Ich habe einen Tag mit meiner Freundin gelesen. Ich bin in der Wohnung. Ich wollte sie kaufen. Ich wollte sie wieder kaufen. Ich habe meine Freundin gesagt, sie sind immer wieder weg. Ich konnte sie nicht mehr kontrollieren. Ich kam aus der Wohnung. Aus Angst vor ihrem Ehemann, ihrer Familie und der Polizei wagte Sarah es nicht, sich Hilfe zu suchen. Sie verbrachte die meiste Zeit allein in ihrem Schlafzimmer und wechselte kein Wort mehr mit ihrem Mann. Eines Tages kam dieser nicht wie gewohnt von der Arbeit nach Hause. Zwei Monate vergingen und Sarah versuchte herauszufinden, wo ihr Mann sich aufhielt. Erfolglos. Schließlich ging sie zur Polizei. Ich glaube, dass sie nicht in meinem Schlafzimmer werden können. Ich habe einen Schlafzimmer und zwei Schlafzimmer gesagt, dass sie mit dem Schlafzimmer sind. Ich habe einen Schlafzimmer, aber ich kann nicht in den Schlafzimmer sein. Sarah konnte nicht länger im Haus ihres Mannes bleiben und lebte die nächsten vier Jahre bei ihrem Bruder in Esfahan. In dieser Zeit wurde ihre Ehe schließlich erfolgreich geschieden. Als Saras Bruder seinen Militärdienst antreten wollte, überzeugte ihre Mutter sie wieder ins Elternhaus zurückzukehren. Sie versprach ihr, dass alles nun anders würde. Sie sollen eine Art auch im Leben geraten. Das war ein Mal. Sie haben eine Art von der Zauber im Leben. Sie haben immer einen Versuch des Zauberes. Sie haben einen Vorteil, den sie verletzen. Sie haben einen Schlechst. Sie haben keine Verletzungen für diese Zauberes. Sarahs Bruder nahm sie mit zu einem Freund nach Kuom. Die Familie wollte, dass sie dort lebt. Doch Sarah war nicht damit einverstanden. Ich habe gesagt, dass sie dort lebt, dass sie dort lebt. Ich habe gesagt, dass sie das lebt. Aufgrund ihrer Verletzungen verbrachte Sarah zwei Wochen im Krankenhaus. Sie erhielt eine Hydrotherapie, die ihre Genesung unterstützen sollte. Im städtischen Schwimmbad lernte sie ihre Freundin Kimia kennen. Nach einer der Menschen, die Sie in der Nähe. Die Geheimnisse sind nicht in der Nähe. Sie waren nicht in der Nähe, sie sind in der Nähe. Sie waren nicht in der Nähe. Sie waren nicht in der Nähe. Sie wurden nicht in der Nähe. Bist du mich beherrschst? Ich habe mir gesagt, dass es nicht zu kommen. Ich habe mich wie vor dem zu kommen. Sie hat mich nicht zu schlossen. Wir kommen dann zu kommen. Wir sind augegen. Nach dem einen Tag zu gehen. Wir sind augegen, wir sind augegen. Wir sind augegen, wir haben zu essen. Wir haben ein bisschen wasgen. Wir waren in den Augen, bei uns wir waren. Wir waren zusammen. Wir waren so zusammen. Ich wusste nicht, dass ich zwei Kinder gesehen habe. Wir waren mit uns mit uns. Aber es war nicht normal. Wir haben zwei Kinder mit uns gehalten oder mit uns gehalten. Es war für sie ein Schweres. Es war für sie ein Schweres. Ich wusste nicht, dass ich mich nicht so wusste. Ich wusste nicht. 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 Die homophobische Menschen wieder. Ja. Die erste und wichtigste Sache für mich. Das ich wirklich. Es ist gut mental health. Ich wusste nicht. 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 Es macht es kompliziert für mich. Ich wusste nicht. 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 Es ist kompliziert für mich. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Oder habe ich. Ich wusste nicht. in Deutschland. Es nennt das etwas Dualstudium. � anche. You study and work at the same time. So I have to do this kind of study because this gave me security that I will not be deported because I would be able to pay for everything I need by myself. I still want to, like I say, change the world, make society better, to help people. And probably I want to work with refugees also. I don't know. Yeah. I want to take my own life and get my own life. I want to take a professional home. I have to go on social media and make a business. And when I buy my own business, I have to go on social media. I want to be on the other side of the city. I want to live with myself. Ich hoffe, dass wir unsere Wohnung haben, dass wir ein normaler Leben haben. Dass wir uns nicht von niemandem und von jemandem zeigen, sondern dass wir meine Liebe zeigen, dass wir hier leben können. Ich möchte eine Ausbildung für Nogte machen. Das ist meine Krankheit. Nogte sind meine Krankheit. Ich möchte erst eine Ausbildung für Nogte machen. Ich möchte eine Ausbildung für uns machen. Ich möchte eine Ausbildung für uns machen. Ich möchte mich für uns machen. Für mich ist es anders. Ich habe meine 8 Stunden gearbeitet. Ich habe meine Sprache. Ich habe meine Sprache. Ich habe Menschen vor mir, die mir helfen. Ich habe mich für uns helfen. Ich möchte es noch besser sein. Ich möchte es noch besser sein. Ich möchte noch besser sein. Ich möchte sie noch besser sein. dass sie immer mit mir beurte und ich nicht, dass niemand etwas schlecht für uns sagen kann. Dass sie hier kann man freiwillig sein, dass sie nicht auf die Augen gehen, sondern dass sie freiwillig sein kann, dass sie arbeiten können, was sie will. Ich möchte mich sehr, weil sie zwei Machen haben. Erwartungen und Deutschland ist mein Lieblingsthema. Ja, teilweise sind meine Erwartungen von Deutschland erfüllt, als Staat, aber teilweise als Gesellschaft nicht. Die Feindlichkeit gegen LSBTI-Menschen in der Gesellschaft ist immer noch da. Es gibt nicht so viel Aufklärung, es gibt nicht so richtigen Unterricht in Schulen in Deutschland. Es fehlt auch dieses Wissen, was es bedeutet, homosexuelle Menschen zu sein oder transgeschlechtliche oder intergeschlechtliche Menschen zu sein. Und dann darüber hinaus fehlt auch in den meisten Fällen, nicht in allen, dieses Wissen, warum fliehen die Menschen, die LSBTI-Menschen sind. Woran liegt das? Die alle wollen nicht nach Deutschland kommen, um hier die, ich weiß nicht, Stadtgelder zu klauen oder die Jobs zu nehmen. Die kommen, um einen Ort zu finden, wo sie sich so einfach lieben können. Und vor allem die Sexualität oder geschlechtliche Identität. Also ich habe im Moment vor, dass ich weiter beim LSVD arbeite, bei dem Projekt Queer Refugees Deutschland. Ich möchte gerne in Deutschland bleiben weiter und ich habe auch nächstes Jahr vor, diesen deutschen Pass zu beantragen. Ich bin schon seit sieben Jahren in Deutschland, nächstes Jahr sind acht Jahre. Ja, sobald habe ich den deutschen Pass, dann werde ich auch versuchen, eine Politikerin zu sein. Ob das funktionieren würde oder nicht, weiß ich nicht, aber ich glaube, es fehlt wirklich interkulturelle Kompetenz in Deutschland, wenn es um Regierung geht. Ich habe viel von Freunden, von Freunden, mit denen ich mich nicht beherrschte, nicht beherrschte, nicht beherrschte, nicht zufrieden. Ich möchte ruhig, frei und frei leben, ich möchte arbeiten. Ich möchte, dass ich eine Chance für die Möglichkeit für die Leute, die mich verraten und die ich mir beherrschte. Die Hoffnung auf ein einfacheres Leben in Deutschland ist für viele Geflüchtete an konkrete Vorstellungen geknüpft, die im Alltag oft enttäuscht werden. Bürokratische Hürden, gesellschaftliche Ausgrenzung und sprachliche Barrieren machen den Weg zu einem guten Leben beschwerlich und lang. Dragoslava und Emina kamen 2016 nach dem Übergriff zurück nach Deutschland. Emina war schwanger, doch davon wusste sie noch nichts. Die zwei versuchten in Bochum erneut Asyl zu beantragen und kamen zunächst in einer Sammelunterkunft unter. Bald stellte sich heraus, dass sie nach ihrer Ausweisung nach Serbien 2014 ein fünfjähriges Wiedereinreiseverbot hatten und die deutsche Grenze gar nicht hätten überschreiten dürfen. Erst aufgrund der Schwangerschaft bekamen Dragoslava und Emina wieder institutionelle Unterstützung. Nach mehreren Umverlegungen fanden sie eine Unterbringung in Bochum und setzten all ihre Kräfte daran, in Deutschland bleiben zu dürfen. Ich habe hier schon seit 7 Monaten gearbeitet. Er hat uns in der AVO-organisation gebracht. Ich habe gefragt, ob ich die Frau mochte, aber ich will nicht nach Hause gehen. Er hat mir alles getan. Er hat gesagt, ich muss nach dem Krankenhaus gehen. Ich habe einen Papier oder so, um hier zu bleiben. Ich war mit der Karte, dass ich mir ein Papier verabschiedet habe, dass ich ihn nicht verabschiedet habe. Es war eine riesige Arbeit. Ich habe gesagt, dass der Mann aus der Ausländerbüro gesagt hat, dass wir uns nicht bleiben können, dass wir uns nicht bleiben können. Er hat gesagt, dass er mit uns kommt, nach Serbien. Sie setzte sich mit dafür ein, dass Dragoslava und Emina zumindest bis zum Ende der Schwangerschaft in Deutschland verbleiben durften. Mit Erfolg. Dann wurde Elena hier geboren. Wir haben uns hier begonnen. Wir waren von der Organisation bis zur Organisation. Wir haben viele Leute hier verabschiedet. Die Leute haben uns geholfen, durch die HETFA-Kommissie, dass wir uns normalerweise hier leben können. Wir haben, dank Gott, die deutschen Karte gewonnen, und die Leute, die ich auf dem Weg bin, haben wir nicht geschafft. Als Elena auf diesen Weltkrieg kam, hatten wir viel Angst, dass wir nach Hause gehen müssen, weil wir uns das verabschiedet haben. Wir haben uns verabschiedet, wenn wir nach Hause kommen, dass die Leute sagen, was das ist, was das ist. Wir haben uns verabschiedet, damit wir nach Elena sind. Eminas Schwangerschaft ist aus einer Vergewaltigung entstanden. Dementsprechend schwierig ist es für Emina auch heute noch, eine positive Beziehung zu ihrer Tochter Elena aufzubauen. Dragoslava und Emina entschieden sich gemeinsam dafür, Elena zur Welt zu bringen und eine Familie zu sein. Ich hatte die Therapie, die mir sehr, sehr unterstützt haben. Ich pille mit Tabletten, damit ich ein bisschen schmerzen werde. Das ist ein bisschen schmerz. Ich kann sagen, dass ich für diese zwei Jahre ein bisschen schmerzen werde, aber nicht. Also, der Anfang war einfach für mich. Ich war an der Uni und habe auch eine Krankenkasse. Das ist sehr wichtig für eine Transition in Deutschland. Also, die Entscheidung habe ich irgendwann im Juli 2015 getroffen. Und im Oktober 2015 habe ich offiziell angefangen mit meiner Transition. Und dann bin ich auch im Oktober und November nach Pakistan geflogen und hat meiner Mutter unter vier Augen darüber erzählt, was habe ich vor. Und ja, es war okay für mich am Anfang. Die Probleme haben dann angefangen, irgendwann während meiner Transition. Es gibt einen Alltagstest als transgeschlechtliche Person. Das musst du machen. Und das war sehr heftig für mich. Mit dem Bart Kleider zu tragen, das geht nicht. Jeder guckt dich an und du musst das auch machen, um sicher zu sein. Oder was auch immer. Ich weiß nicht. Jeder hält das sich für anders, ne? Und da habe ich auch Selbstmordversuch. Ja, sagen wir mal, geübt. Ist nicht gelungen. Jetzt bin ich wieder hier. Aber das war wirklich heftig. Vor allem das erste Jahr 2016 war sehr heftig für mich. Und sobald dieser Bart weg war, dann wird es einfacher. Dann 2017, 18 und jetzt 19. Die letzten zwei Jahre waren die besten Jahre in meinem Leben bis jetzt. Und jetzt fangen wieder die guten Jahre an, glaube ich. Hoffe ich auch. Fingers crossed. Sehen wir mal, wie es weitergeht. Also, ich bin in Deutschland operiert, in Essen. Und wenn es jetzt geht um meine Anliegen in Deutschland, ich glaube, die haben gute Arbeit geleistet. Zumindest, das habe ich, das ist bei mir ist so. Aber ich habe während dieser ganzen Transition viele Probleme gehabt. Auch mit Krankenhäusern. Ich wurde vor zwei Jahren krank geworden. So richtig krass krank. 40 Grad Fieber. Und ich musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Und dort kam wieder dieser Streit, weil ich damals nicht operiert wurde. Wurden sie mir unter Männern unterbringen oder unter Frauen. Und das in Deutschland. Und dann habe ich die ersten gesagt, okay, wenn sie mich unter Männern unterbringen würden, dann brauche ich das auf Papier, schwarz und weiß. Dass sie das gemacht haben, weil ich immer noch nicht operiert wurde. Und nach einer Stunde, sie haben dann entschieden, nee, sogar unter Frauen, aber im Einzelzimmer. Es war doch so in einer Art Diskriminierung. Ja, es ist doch eine Transfrau, die noch nicht operiert wurde. Dann bleibt sie im Einzelzimmer und nicht mit anderen Frauen. Das war krass für mich. Ja, so wie gesagt, und das habe ich früher auch gesagt, diese Aufklärung, das fehlt überall. Es ist egal, auch bei Menschen, die mit transgeschlechtlichen Menschen zusammenarbeiten. Leider. Wald verbrachte die ersten sechs Monate in Deutschland in einer Unterkunft für Geflüchtete mit besonderem Schutzbedarf. Hier sollen die Lebensbedingungen für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen sicherer und bedarfsgerechter sein als in anderen Unterkünften. Doch die Einrichtung liegt sehr abgeschieden in einer ländlichen Region, im Sauerland. Die Bewohnerinnen verschiedener Herkunft mit ganz unterschiedlichem Schutzbedarf finden oft nicht viele Gemeinsamkeiten und haben das Gefühl, in Isolation zu leben. So I felt like it's all a bad dream. I wake up in Ukraine and all the bad stuff was never happened. And I really couldn't for a long time realize what's going on, what's happening. I couldn't be close to people, so it was like I'm in the smoke. And then it got so bad that I got suicidal ideas and then I realized that I have to go to clinic. I went to clinic the first time when it was April, but I started to feel bad since December probably. So in December I got like my negative nerve from Germany. And then like it was stress. It was stress that I'm in a very isolated place. Like when I was in Ukraine I was very social active. I had a lot of contacts with people. I was always doing something. And then like it's suddenly nothing. As I know when I was in the camp, it's like was not usual medicine insurance. It was something different. And like they started to give me medication. They hold me in close station, but actually I was needed like therapy, like psychotherapy. And I was talking with them like I needed because medicine is okay. But actually my suicidal idea was because of like I felt very bad. I don't see like a way for me. Wald wurde in eine nahegelegene Klinik verlegt und erhielt Medikamente. Obwohl Walds Zustand noch immer schlecht war, wollte die Klinik den Aufenthalt nach sechs Tagen beenden. Walds Versuch, eine Fortsetzung der Behandlung einzufordern, war erfolglos. Es ging zurück in die Unterkunft. Nach sechs Monaten wurde Wald endlich in eine andere Unterkunft verlegt. Das Leben dort ist angenehmer und die medizinische Versorgung ist besser, denn jetzt ist Wald auch endlich gesetzlich krankenversichert. Und ich habe wirklich gut geholfen in die Klinik. Es ist auch wichtig, dass in Ukraine, sie nur mit dem Depressionen diagnosed. Aber in dieser Klinik, sie haben auch mit dem Borderline Personal Disorder. Ja. Und es ist wie, ich war über dieses Thema, und es ist wie, normalerweise in Ukraine und Russland, wie Post-Soviet countries, sie nicht immer nochmals können die Diagnose das. So sie sind nicht so informiert oder nicht so sensitiv zu diesem Thema. Ich lerne die Sprache. Ich lerne die Sprache. Nachdem ich eine negative Antworten von der Regierung bekommen habe, habe ich eine PLA mit meinem Unterkunft. So ich warte bis zum nächsten Mal. Es wird wahrscheinlich am nächsten Mal. Ja, ich glaube nicht, dass Deutschland verletzt werden. Ich fühle mich nicht so. so ich habe jetzt eine Plan B, um sicherzustellen, dass ich hier kann. So ich werde eine Ausbildung machen. Ich weiß noch nicht, ob ich bleiben. Und ich, wahrscheinlich, all die Zeit fühle mich, eine kleine Anxiety inside mir. So es ist wie es ist. Und ich fühle mich nicht 100 Prozent. Es ist auch in meinem Kopf, in meinem Kopf, dass ich nicht was, was passiert. Es ist auch kompliziert. So, ich fühle mich nicht zu Hause mit Leuten, weil ich nicht weiß, ob diese Beziehung bleibt oder nicht. Es war sehr kompliziert für mich zu leave Ukraine, zu Ende ein paar Beziehungen. Und ich bin nicht bereit, zu machen. Ja, jetzt bin ich in der Dermatoren, für die Refugee. Und ich fühle mich besser, als in der letzten Zeit. Aber ich live mit einem Reumate, sie ist von Kyrgyzstan. Sie ist 16, 60 Jahre alt. Und sie ist, wie homophobisch. Und ja, es macht mich, manchmal, nicht wirklich gut. und ich fühle mich, auch von Kyrgyzstan. Und sie ist, auch von Kyrgyzstan. Und ich fühle mich nicht sicher, dass ich, dass ich sorry, ich liebe Frauen. Ja. Ich denke, was passiert, wenn sie mich will, wenn sie mich deportieren. und ich will nicht gehen. Also, nicht gehen. Ich weiß, ich weiß, dass ich das nicht nicht nur wegen dieser LGBT Situation. Also, meine mentalität ist sehr, sehr Weck. Und die die kleinsten stress kann mich sehr, 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 zu 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 Auch Natalia ist durch ihre Erlebnisse stark psychisch und physisch belastet. Sie lebt noch immer in derselben Einrichtung für besonders Schutzbedürftige, in der auch Wald die ersten sechs Monate verbrachte. Diese Situation, sage ich sage, sehr, 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 sehr lange zu erleben. Es ist eine sehr, 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 sehr. und jetzt, ich bin in der Wunschung, wo es nicht sehr, Ich weiß, dass ich mit meinen Dokumenten nicht fühle mich. Nachdem ich die Überraschung, wenn ich meine Diagnose ist, dass ich mich sehr schrecklich fühle mich, dass ich mich nicht in der Nacht kann, dass ich mich ausgesprochen habe, dass ich mich ausgesprochen habe, und ich weiß nicht, was mir vorst, Ich habe Angst, dass mich zurück in Kyrgyzstan zurückkehren. Ich habe eine große Strecke, eine Deprassie, weil ich mich nicht beurteilen wollte. Und wer ich mich nicht beurteilen, alle haben sie sich nicht in die Situation geholfen. Es ist eine solche Strecke. Es ist eine solche Strecke. Es ist eine gewisse больnis. Und wenn man diese Strecke переживает, Du wirst in diesen Sten alle diese Stress und die Gefühle, dass du dich wieder zurückkriegst. Du kannst nicht mehr dabei sein, um die Träzvung zu beurteilen. Ich nehme jetzt meine Tabletten, без которых я уже практически спокойно не могу обходиться, потому что ситуации у меня сложные, и я даже не знаю, что мне делать. Проводить термины и поправлять своё здоровье. Но в наших стенах, в лагере, где я нахожусь, это просто нереально. Жить в этих стенах, где всё происходило, всё я это терпела, ехать на термины к психологу, а потом опять возвращаться в эти же стены и опять принимать этот стресс, это, по-моему, просто ненормально, и для моего здоровья это пользы не будет. Я пытаюсь донести до руководства, которые работают с моими документами, что я даже чувствую сама, что мне лучше позитивно будет, конечно, где-то поселение в городе, где я могу спокойно жить, чувствовать себя полноценным, здоровым человеком и при всём при этом принимать терапию у психолога. Тогда, конечно, и результат будет, и, может быть, у меня будет с моё здоровье складываться намного лучше, нежели я буду возвращаться обратно в лагерь и опять принимать, впадать в эту депрессию, что эти термины будут бессмысленны у меня. В результате я пристил, когда я была в 10 дней, когда я была в кемпе, в депрессию я была в кемпе, в то время, когда я была в кемпе, я не уехала. В кемпе, келасу кемпе, я уехала в кемпе, вбеждаю, я уехала в сторону, Ich bin ein paar Jahre alt. Ich habe keine Angst, weil ich nicht in der Zeit gekommen bin. Ich habe sehr viel Angst. Ich habe mich mit der Dr. Hussap. Ich habe mich mit Tiroid und habe mich mit meinem Körper. Ich habe mich mit 15 Kilogramm. Ich habe mich mit dem Schmerz. Ich habe mich mit meinem Schmerz. Ich habe mir so einen Moment qui ausgewählt. Ich habe noch ein paar Mal darauf hingestellt und versuchte meine Freundin. Ich kam zwei Tage. Es ist sehr schwer, aber ich konnte alles nicht genau machen. Aber ich hatte die Probleme, dass ich mich sehr interessiert habe. Ich habe immer wieder gedacht, dass ich das Tag in der Zeit habe. Ich habe immer wieder gesagt, dass ich das Leben in Iran habe. Ich habe gesagt, dass du in Iran nicht mehr so viel zu tun hast. Du hast das Leben in der Welt gebracht. Warum hast du das Leben in der Welt gebracht? Du hast dich in der Welt gebracht. Ich habe gesagt, dass du Mensch bist, du bist, du bist, du bist, du bist. Er hat einen Tag darauf gemacht. Ich habe keine Probleme. Ich wollte mich nicht mehr so machen. Ich sagte mir, dass ich mich nicht mehr überrascht hätte. Ich habe mich nicht mehr überrascht. Ich wollte mich nicht mehr überrascht. Ich konnte mich nicht mehr überraschen und nicht mehr überraschen. Sie sind ein Schraub. Der Heimat den Rücken zu kehren, ist eine sehr schwere Entscheidung. Die Familie, den Freundeskreis und die Muttersprache hinter sich zu lassen, führt zu Einsamkeit und Isolation. Wenn der vertraute Alltag und alle Bezugspersonen unendlich weit weg erscheinen, kann es sich anfühlen wie ein Verlust der eigenen Identität. Ich habe eine sehr schwere Bezugspersonen, die für uns waren, die wir in den Parken waren, und wir haben uns mit anderen gegründet, wo wir uns mit Eminen kennenlernen. Und das ist das Joghurt, das meine Mutter von Srbien aus dem ich für Eminen war, wenn sie schwierig sind. Ich vermisse viele Sachen von Pakistan und die kann man in Deutschland leider nicht finden. Zum Beispiel das Essen. Kann man nicht. Es gibt sehr gute Restaurants auch, vor allem in Köln, so als indische Restaurants, nie Pakistani, ich weiß nicht warum, aber dort kann ich was Gutes essen gehen. Außerdem vermisse ich Himalayas, die Berge. Die vermisse ich sehr. Ich hätte das gerne wieder gesehen. Die sind so schön, die sind so traumhaft. Vor allem die Tale, die dort sind. Es gibt auch Brünne dort, Wasserbrünne. Die sind so schön. Und dann gibt es auch Wald und Waldtiere. Und diese Ruhe, vor allem diese natürliche Ruhe, das vermisse ich. Ja, ich schaue. Ich schaue zu meinem Sohn, ich schaue. Ich schaue zu meinem Sohn, den ich nicht gesehen habe. Und ich weiß nicht, wo er. Ja, ich schaue alles. Ich schaue meine Ruhe. Ich schaue das Essen. Das ist wahr. Ich kann vieles Essen hier in den Supermarkt finden. Und es war eine große Herausforderung für mich. In vielen Supermarkt haben wir nicht vieles Essen für Chips. Ja, es ist verrückt. Aber ja, in Ukraine, in every Supermarkt, man kann 10 kinds finden. Ja, und es ist auch die gleiche Sache mit Chocolat. Ja, und wenn ich... Es gibt wirklich viele kleine Details. Wie ich in meinem Haus habe. Wie ich habe, wenn es die Sonne sette, wie ich mit meinen Augen habe. Wie ich mit meinen Freunden habe. Das ist das, was ich gemacht habe. Und was ich jetzt kann, ist, dass ich nicht jemanden, die gleiche zu mir war. Ich fühle mich sehr leid. Ja. All die Zeit, ich musste etwas machen. Und ich fühle mich, dass ich ein Teil von einem großen Teil und ich mache etwas wichtiges. Ja, das ist alles. Das ist das, was ich glaube, Das ist das, was ich will. Ich will nicht mehr sagen. Das ist das, was ich vor der Kamera gebe. Mit ihren Geschichten möchten die Protagonistinnen ein öffentliches Bewusstsein dafür schaffen, welchen komplexen Herausforderungen sich lesbische, bisexuelle, queere, trans- und intergeschlechtliche geflüchtete Frauen in Deutschland stellen. Und sie möchten anderen Mut machen. Sie haben das letzte Wort. Sie wissen, dass sie ihre Mutter und ihr Vater und ihr Vater und ihr Vater und ihr Vater. Das ist das, was die beste Sache ist. Es ist egal, was andere Leute sagen, es ist egal, was andere denken, es ist nur in ihrem Kopf und in ihrem Herz. Bitte leben und leben lassen. Und nicht nur das. Man darf auch Fragen stellen. Man darf auch Vorurteile haben. Aber diese Vorurteile sollten nicht die Rechte von anderen Menschen wegnehmen. Das ist sehr wichtig. Heutzutage sehe ich, dass man Vorurteile hat und sofort springt man rein und sagt, ja, du darfst dies und dies und dies und dies nicht machen. Du hast keine Rechte. Und ich denke mir, wenn wir keine Rechte in Deutschland haben, wo haben wir denn Rechte? Gibt es ein anderes Land auf der Welt, wo keine Probleme gibt? Die sind überall. Man hat Probleme, aber man findet Lösungen für Probleme und nicht neue Probleme dafür. Ich möchte wünschen, wenn sie in einer Situation sind, wenn sie in einer Situation sind, wie meine. Und ich möchte, dass sie nicht verletzten, wenn sie in einer Situation sind, wenn sie nicht verletzten. Oder irgendwelche Unterstützung und Hilfe können, wenn sie in einer Situation sind. Ich wünsche Ihnen allen die Menschen, die Ihnen helfen können, die Ihnen helfen können. Und Ihnen alles wird, damit Sie nicht fallen. Ich wünsche Ihnen allen Gooden, Liebe und alles Gute. Wenn du einen Grund hast, Das macht dein Leben in deinem Land nicht möglich oder gefährlich. Oder du kannst du nicht überleben. Weil diese Rezepte nicht fühlt, weil sie sind. Die Rezepte sind nicht überwältig. Und du solltest du dir helfen und ein sicherer Ort zu retten. Die Rezepte sind nicht überwältig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020